Eine Rolle spielen, Gesellschaft leisten, Ruhe bewahren und in Kauf nehmen. Diese Ausdrücke nennt man Nomen-Verb-Verbindungen und ich werde dir die wichtigsten davon in diesem Video vorstellen. Viel Spaß! Wir fangen an mit der Nomen-Verb-Verbindung eine Rolle spielen. Eine Rolle spielen bedeutet so viel wie wichtig sein. Hier ein Beispiel. Geduld spielt eine große Rolle beim Lernen. Geduld ist also sehr wichtig beim Lernen. Oder die Familie spielt eine große Rolle in seinem Leben. Das bedeutet, die Familie ist sehr wichtig für ihn. Und wenn etwas nicht wichtig ist, dann sagt man, es spielt keine Rolle. Oder das spielt keine Rolle. Beispiel. Es spielt keine Rolle, ob das Geschenk günstig oder teuer war. Die Hauptsache ist, dass es von Herzen kommt. Der Preis des Geschenks ist also nicht wichtig. Weiter geht's mit einen Einfluss haben auf. Einen Einfluss haben bedeutet, die Fähigkeit besitzen, etwas zu beeinflussen oder zu verändern. Ein gutes Beispiel dafür ist, Bildung hat einen Einfluss auf die beruflichen Perspektiven. Unsere Bildung kann also beeinflussen, welche Jobs wir bekommen können. Oder das Wetter hat einen Einfluss auf meine Stimmung. Das Wetter kann also beeinflussen, wie ich mich fühle. Die nächste Nomenverbverbindung ist Gesellschaft leisten. Gesellschaft leisten bedeutet, Zeit mit jemandem verbringen. Stell dir vor, deine deutschen Arbeitskollegen fragen dich, Hey, hast du Lust, uns nach der Arbeit noch ein bisschen Gesellschaft zu leisten? Das bedeutet also, hast du Lust, nach der Arbeit noch ein bisschen Zeit miteinander zu verbringen? Hier noch zwei Beispiele. Polly beschloss, ihrer älteren Nachbarin Gesellschaft zu leisten. Das heißt, Polly hat beschlossen, Zeit mit ihrer älteren Nachbarin zu verbringen. Und auch hier, er leistet seiner krankenfreundenden Gesellschaft, indem er sie im Krankenhaus besucht. Weiter geht's mit etwas aufs Spiel setzen. Etwas aufs Spiel setzen bedeutet riskieren, dass man etwas verliert. Wir schauen uns wieder ein Beispiel an. Wenn du immer zu spät zur Arbeit kommst, dann setzt du deinen Job aufs Spiel. Wenn du also wiederholt zu spät zur Arbeit kommst, dann riskierst du mit großer Wahrscheinlichkeit, deinen Job zu verlieren. Und auch hier, obwohl Paul verheiratet ist, hat er sich heimlich mit anderen Frauen getroffen. Er hat damit seine Ehe aufs Spiel gesetzt. Paul hat also mit diesem Verhalten riskiert, seine Ehe zu verlieren, seine Frau zu verlieren. Und auch hier, durch seine riskante Fahrweise, setzt er nicht nur sein eigenes Leben, sondern auch das anderer Menschen aufs Spiel. Ein weiterer Ausdruck ist Ruhe bewahren. Ruhe bewahren bedeutet, auch in einer schwierigen Situation ruhig bleiben. Beispiel, der erfahrene Arzt bewahrte die Ruhe, als der Notfallpatient hereingebracht wurde. Das bedeutet, dass der erfahrene Arzt gelassen und ruhig blieb, auch in dieser Notfallsituation. Und auch hier, obwohl es technische Probleme gab, gelang es dem Piloten, die Ruhe zu bewahren und das Flugzeug sicher zu landen. Wir machen weiter mit in Erfüllung gehen. Wir benutzen in Erfüllung gehen, wenn ein Traum oder Wunsch wahr wird. Ich habe zum Beispiel sehr lange davon geträumt, eines Tages zu promovieren. Und im April 2022 habe ich dann die Zusage für eine Doktorandenstelle bekommen. Das heißt, mein Traum ist in Erfüllung gegangen. Mein Traum ist wahr geworden. Noch ein Beispiel. Pollys Traum, an einer deutschen Universität zu studieren, ist endlich in Erfüllung gegangen. Auch hier, Pollys Traum ist wahr geworden. Oder? Emmys Traum, ein eigenes Haus zu besitzen, ist nach vielen Jahren des Sparens in Erfüllung gegangen. Das heißt, Emmys hat jetzt ein Haus. Ihr Wunsch, ihr Traum ist wahr geworden. Und wie sieht es aus mit in Kauf nehmen? In Kauf nehmen bedeutet, auch die negativen Seiten einer sonst guten Sache akzeptieren. Ein gutes Beispiel dafür ist, wenn du befördert werden möchtest, dann musst du auch die Überstunden in Kauf nehmen. Eine Beförderung ist gut, aber man muss auch die negativen Seiten, in diesem Fall die Überstunden, akzeptieren. Hier noch zwei Beispiele. Ich musste die längeren Arbeitszeiten in Kauf nehmen, um das Projekt rechtzeitig fertigzustellen. Auf der einen Seite habe ich das Projekt erfolgreich beendet, aber auf der anderen Seite musste ich die längeren Arbeitszeiten akzeptieren. Und auch hier, er entschied sich, den günstigeren Flug zu buchen und dafür die längere Wartezeit in Kauf zu nehmen. Auf der einen Seite haben wir den günstigen Flug und auf der anderen Seite die längere Wartezeit, die wir in Kauf nehmen müssen. Wir kommen nun zur letzten Nomen-Verbverbindung für heute, in Ruhe lassen. Das bedeutet, jemanden nicht stören. Hier ein Beispiel. Kannst du mich bitte in Ruhe lassen, wenn ich arbeite? Damit meine ich, bitte stör mich nicht, wenn ich arbeite. Je nach Kontext kann der Ausdruck aber auch auf eine sehr unfreundliche Art und Weise benutzt werden. Wie zum Beispiel hier. Du nervst. Bitte lass mich endlich in Ruhe. Hier noch ein Beispiel. Der Hund schlief friedlich, also ließ ihm die Familie in Ruhe. Die Familie störte den Hund also nicht beim Schlafen. Und jetzt wiederholen wir noch einmal alle Nomen-Verbverbindungen, die wir heute gelernt haben. Eine Rolle spielen bedeutet wichtig sein. Geduld spielt eine große Rolle beim Lernen. Geduld ist also sehr wichtig beim Lernen. Und wenn etwas nicht wichtig ist, dann sagt man, das spielt keine Rolle oder es spielt keine Rolle. Einen Einfluss haben auf bedeutet, etwas beeinflussen oder verändern können. Das Wetter hat einen Einfluss auf meine Stimmung. Das Wetter kann also beeinflussen, wie ich mich fühle. Gesellschaft leisten bedeutet Zeit verbringen. Er leistet seiner krankenfreunden Gesellschaft, indem er sie im Krankenhaus besucht. Ausspiel setzen bedeutet riskieren, dass man etwas verliert. Wenn du immer zu spät zur Arbeit kommst, setzt du deinen Job aufs Spiel. Ruhe bewahren, auch in einer schwierigen Situation ruhig bleiben. Der erfahrene Arzt bewahrte die Ruhe, als der Notfallpatient hereingebracht wurde. In Erfüllung gehen bedeutet, ein Traum oder Wunsch wird wahr. Emmys Wunsch, ein eigenes Haus zu besitzen, ging nach vielen Jahren des Sparens in Erfüllung. In Kauf nehmen, das bedeutet, die negativen Seiten einer sonst guten Sache akzeptieren. Wenn du befördert werden willst, musst du auch die Überstunden in Kauf nehmen. In Ruhe lassen heißt nicht stören. Bitte lass mich in Ruhe, während ich lerne. Wir haben es geschafft! Juhu! So, meine Lieben, das war's für heute. Ihr wart sehr fleißig und könnt stolz auf euch sein. Ich freue mich schon auf unseren nächsten Unterricht. Bis bald! Tschüss!